Jingle Bells, Jingle Bells, nein, keine Sorge, ich habe nicht zum Singen angefangen, sondern herzlich willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich für euch in Weihnachtsstimmung bei Ludwig Beck. Ich treffe jetzt gleich Nina Ruge, denn sie stellt die neuen Karten für UNICEF vor und ich möchte natürlich wissen, wie bei ihr zu Hause Weihnachten aussieht. Also bleibt dran und schaut rein. Wir sind jetzt hier im Ludwig Beck und da gibt es von UNICEF eine ganz tolle Aktion. Welche denn? Naja, wir eröffnen die Grußkarten Weihnachtssaison und UNICEF-Grußkarten, die gehören ja sozusagen schon zum guten Weihnachtston dazu, seit 45 Jahren. Und hier stehen ganz wunderbare Damen, die müssen wir auch gleich nochmal vorstellen, die den ganzen Tag sich die Beine in den Bauch stehen, um diese Karten zu verkaufen. Und der gesamte Erlös jeder Karte geht an die Hilfsprojekte von UNICEF. Ja, Karte ist ein gutes Stichwort. Was für tolle Motive gibt es denn dieses Jahr? Also schauen Sie mal hier. Erstens natürlich meine Lieblingskarte Udo Lindenberg, Give Peace a Chance. Und was sind das für coole Leute auf diesem Friedenszeichen. Oder hier Udo Fröhliche, die ganze Sammlung von Udo, wer es gerne ein bisschen rockig möchte. Wir haben natürlich auch ganz kindergerechte, kindgerechte Karten, die so ein bisschen comicartig sind und ganz gemütlich. Wir haben die ganz klassischen, mal bunt, mal mit einer schönen Weihnachtslandschaft. Also es gibt, ich weiß nicht wie viele Motive, ich glaube 597. Wie liegen die preislich? Also pro Karte 1,40 bis 1,70 Euro. Wenn man einen Zehnerpack kauft, häufig noch ein bisschen günstiger. Und wichtig ist zu wissen, dass über 50 Prozent des Kartenpreises direkt an UNICEF-Projekte in der ganzen Welt gehen. Sie machen das ja nicht zum ersten Mal, sondern schon acht, neun Jahre, oder? Ich kann es gar nicht mehr zählen. Wie kam es denn dazu und warum unterstützen Sie so ein tolles Projekt? Naja, UNICEF unterstütze ich schon seit vielen, vielen Jahren. Seit den 90er Jahren, ich glaube seit 25 Jahren. Und ich mache alles, was von UNICEF-Seite an mich herangetragen wird. Und da ich in München lebe und Kaufhaus Beck uns wahnsinnig freundlicherweise seit so vielen Jahren unterstützt, mit allem, mit Infrastruktur und dem Platz, den wir hier haben, für den Großkartenverkauf, bin ich jedes Jahr hier, sage Beck, danke und werbe natürlich so gut ich kann, dafür, dass die Menschen wissen, dass hier die Karten verkauft werden und dass sie ganz viele Karten kaufen. Sind Sie denn auch so ein Weihnachtsschreiber, der immer an die Liebsten auch Weihnachtskarten verschickt? Ja, bis heute. Ich bin tatsächlich keine große Briefeschreiberin mehr, was ich schade finde. Das ist tatsächlich eine Zeitfrage. Aber an Weihnachten gibt es schöne Karten und da überlege ich mir auch bei jedem, welche Karte, welches Motiv ich nehme. Und ich schreibe auch, ich habe meistens einen Spruch fürs Jahr. In diesem Jahr ist es einer von Buddha. Und den schreibe ich dann noch mit rein und noch einen persönlichen Satz dazu. Wie sieht denn Weihnachten bei Ihnen zu Hause aus? Ganz zurückgezogen. Mein Mann und ich und die Hunde in der Toskana. Ja, das klingt doch schön. Ja, und ich muss nicht kochen, sondern es ist vorgekocht. Ja, dann wünschen wir schon mal frühe Weihnachten und natürlich viel, viel Erfolg bei dem tollen Konzept hier. Natürlich unterstützt es. Schaut vorbei hier beim Ludwig Beck und vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für Ihre Unterstützung. Alles wird gut. Dankeschön. Ihr seht, ich konnte mich nicht entscheiden und habe gleich ordentlich zugegriffen. Für einen guten Zweck und natürlich auch für die Liebesgrüße für Weihnachten. Ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Ihr seht hier ein Video, was euch gefallen könnte. Also schaut rein und noch viel, viel besser. Klickt hier drauf und abonniert uns, denn Support ist kein Mord. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.